Oder ob wir da erst alle Hallo sagen mussten, ich weiß das nicht mehr. Wo war'n das? Ne, jetzt war der Spielplatz. Kann ich da schon rein? Nope. Okay, ich muss erstmal allen Bescheid sagen. Allen Hallo sagen. Wenn wir schon einmal oben sind, dann sagen wir auch oben Hallo. Es ist wieder ein Problem, dieses Spiel zu spielen. Es inspiriert mich wieder. Grüße, ja, so schwarz wie du bist, dann bist du wieder. Oh, jetzt habe ich schwarz gesagt, ich darf das Video nicht monetarisieren, Entschuldigung. Anstrengend, ja. Würde ich auch sagen, dass das anstrengend ist. Leben damit? Hallo. So Sachen darf man hier ja nicht mitnehmen, stimmt. So, ja genau. Pfeil. Sag Hallo. Ach, 26. Oh, 26. Ja, da wünsche ich mir ja selber viel Spaß dabei, um die Leute zu suchen. Okay, lass mich nicht rein. Ich würde ja nur unten mal durchgucken. Machen könnte ich jetzt sowieso nichts, weil ich schon... Warte, ich den jetzt schon? Ja, das war der, der, ja. Machen könnte ich jetzt sowieso nichts, denn meine Energieleistung ist jetzt wieder schnummt. Geht zum Anfang sehr schnell. Da man Arschwit zu tun hat. War hier nicht noch irgendwo der Obdachlose? Obdachlose. Der war da oben. Der war da oben, war er... Ja, da ist er, okay. Ah, is er. So, dann haben wir den Ohalo gesagt. Dann... Können wir hier abkürzen? Ja. Aber da können wir nur zu uns abkürzen. Ja, bringt uns nichts. Och, ich hab das gar nicht mehr im Kopf, den ganzen Plan hier von der... Musik war so entspannt, ich weiß es jetzt wieder. So, konnten wir jetzt hier unten noch lang oder war das jetzt schon blockiert? Ich weiß es gar nicht. Ne, das war nicht blockiert. Okay. Perfekt. Gehen wir mal kurz in den Einkaufsladen. Können wir die Hallo sagen? Ja, okay. Da ist nichts zum Hallo sagen. Will keiner mit mir reden? Machen wir mal schnell den hier Bescheid. Okay. Das ist verschlossen. Gut, dann können wir den Nicht-Hallo sagen. Ach, ja. Alles 18 Uhr. Okay, ist ja gut. Gut. Sagen wir eben Nicht-Hallah-Hallo. Habt ihr halt Pech. Wollt ihr nur mit euch reden. Guten Abend. Die alte Hütte geht sehr gut. Und sie sieht auch sehr gut aus. Habt ihr ja noch nicht von ihm gesehen, oder? Doch, habt ihr. Spätestens, wenn das erste Fest kommt, kann man allen Leuten Hallo sagen. Das ist auch korrekt, aber sonst kommen wir ja nicht ins Community-Center vorher rein. Ist es denn wieder schlecht? Ja, ich bin der Neue. Okay. Es wird schon dunkel. Okay, da war nichts drin. Da war auch nichts drin. Komm ich da rein? Ja, hier komm ich rein. So, Jodie hatten wir schon. Und den Typen da hatten wir noch nicht. Und den kleinen auch. Oh, jetzt komm ich da nicht rein. Jetzt komm ich da auch nicht rein. Och, Menno. Da war ich gerade schon mal dabei. Ah, na, muss ich jetzt zurücklaufen. Hier werde ich auch kein mehr erreichen. Na gut. Was wir als erstes machen müssen, ist dann auf jeden Fall, ähm, kaufen. Kaufen, kaufen. Von Früchten. Und ich komm ja noch nicht durch, richtig. Ich bin hier komplett für den Arnusch gelaufen. Ist das korrekt? Ich komm da nicht durch. Och, Gott sei Dank komm ich hier durch. Ich hätte nicht mehr so viel Energie gehabt. Okay, alles gut. Gucken. Schmeiß mal rein. Schmeiß mal alles rein hier. Gut. Und legen und schlafen. Yes. Wie gesagt, wer dazwischen ist, ist das ganz wie einkaufen. Ähm, Blumen. Setz legen. Wie auch immer. Gucken, was mal in 500 so anfangen können. Ist nicht aufgegangen, warum auch immer. Gut. So, dann hatten wir ja doch noch, glaube ich, zu meinen, genau. Warum nicht einfach reinsetzen, na? Wenn wir sie schon einmal haben. So, Post. Ich bin gerade von, da, 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 da zurückgekommen. Und, da, 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 da. Strand vorbeikommen. Das mach ich. Okay. Dann machen wir das. Äh, jetzt gehen wir diesmal um, da. Weil. Dann treffen wir gleich mal die Olle da mit den Kühen und so. Nee, ich bin da lang gelaufen. Ich bin da lang gelaufen. Der Weg ist auch frei. Dann sagen wir mal allen Hallo. Mitnehmen. 740, okay. Ach, Männer. Ja, dann warte ich halt. Jetzt ist es 8 Uhr und dann ist es okay. Gut. Nee, ich kann es ja nicht lesen. Verdammt. Von 9 Uhr best... Dann laufe ich jetzt nochmal rum. Ist es okay. Ich gehe ja schon. Gehen wir schon mal in der Zeit zum Strand. Zwischensequenz. Ach, jetzt gibt der mir die alte... Mensch. Ja, die kommt sowieso, ähm... Immer bei mir in die Küste, weil ich angle fast die. Zum Anfang bringt es mir einfach nichts. Es war das schön und gut, aber... Nimmt nur Platz weg. Das wird erst später sehr wichtig, wenn man angelt. Ach, muss ich das jetzt nur noch einmal... Ja. Können wir das nicht einfach hier... So, ich muss aber erst mal mit denen nochmal einmal reden. Das war aber der von hier, oder? Genau. So, dann müssen wir nämlich noch einmal 300 Holz, glaube ich, zusammen sammeln. War das... Glaub ich. Gucken nochmal. Müsste so in etwa gewesen sein. 300. Ja. 300. Die müssen wir auf jeden Fall zusammen sammeln. Können wir nämlich da rüber gehen und kriegen da wertvolle Sachen. Die uns ein paar tausend einmal so bringen insgesamt. So, hier war jetzt aber nichts weiter. Das ist total wichtig. Das ist eine gute Einnahmequelle nebenbei. Was ich wissen, dürfte, könnte, wissen... Ach, komm. So, dann... Ausstellungen können wir mal hier machen. Das ist alles richtig. Ne, warte mal. Spuch! Ich sehe doch hier. Okay. Machen wir es so. Okay, dann nicht. Normalerweise wird da... Ach, egal. Leg mich nicht auf. Okay. Auf. So, diesmal können wir jetzt hier reingehen. Den können wir jetzt hier mal anquatschen. Ne, 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 ne. Ach, 13 erst. Da fehlen noch 10 Leute. Hatten wir den schon? Ja, das ist Vincent. Genau. Okay. Den hatten wir... Hatten wir die schon? Ne, hatten wir noch nicht. Hi. Hi, die... Kleiner Fratz, du. Gut. Narzisse nehmen wir Miet. Die Olle. Ja, genau. Warum geht denn der nicht raus? Warum geht denn der einfach nicht raus? Ich traurig. Ich kann mit dir nicht quatschen. Okay. Gut, jetzt... Der quatschen mit der quatschen. Sind aber immer noch nicht alle. Ich weiß nicht, wo die alle hängen. Achso, okay. Was hier? Ich weiß nicht, wo die alle hängen. Ich kann es nicht sagen. Die anderen alle. Vor allen Dingen, wo hängen die... Nein, ich wollte hier rein. Okay, es ist versch... Renken die hier rum? Achso, okay. Entschuldigung. Dann gehen wir nochmal unten lang. Dann gehen wir nochmal in den Laden. Ich weiß nicht, ob hier auch noch welche waren, aber ob das erst später freigestaltet wurde. Der hat umfass verschlossen. Da brauche ich gar nicht hingehen. Das weiß ich. Das wird ja später freigeschaltet. Hallo. Das war sie. Also die Verkäuferin von den Kühnen und so. Von den Tieren allgemein. Oh ja. Hier ist weiter keiner. Gut. Wenn hier keiner weiter ist, dann gehen wir wieder hoch. Kaufen ein paar Dinge ein, aber wir haben bloß noch ein Slot. Das ist natürlich wieder sehr unpassend. Also kannst du mit ein paar Dings schon mal in die Tonne kloppen. Müssen wir erst mal zurück nach Hause und ich weiß nicht, wie lange der Laden geöffnet hat. Vielleicht wird es heute auch wieder gar nichts. Könnte ich mir auch super vorstellen. Und dann fangen wir mal an, morgen hier ein bisschen den Hof aufzuräumen. Ein bisschen. Ein bisschen die Energie, das mal auszunutzen. Schafft man sowieso nicht, aber ein bisschen die Energie rauskitzeln hier. Oh, hier sind Böhmer. Böhmer sind ganz wichtig. Ihr seht gleich warum. Wir haben eine Hühnchenstatue bekommen.